Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal mit dem Namen Zwo Rad. Der Name ist Programm. Es geht um das Thema Zweirad, insbesondere um E-Bikes. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vor kurzem habe ich mir eins gekauft von der Marke HiBike, das ich auch noch zeigen werde. Es geht so ein bisschen darum, was kann man damit machen, was ist möglich. Wie schlägt sich das Gerät in der Praxis? Dann geht es um Zubehör, um Kleidung, alles Mögliche, um das ganze Thema drumherum. Mein Plan ist etwa, jede Woche ein Video rauszubringen. Angefangen mit dem Fahrrad an sich. Was ist es für eins? Wo bekommt man es her? Was halte ich davon? Vielleicht ist einer unter euch, der dasselbe hat, dass wir uns ein bisschen austauschen können. Dann soll es darum gehen, wie schon gesagt, Zubehör, Thema Kleidung, passende Kleidung, Handschuhe, Trikot, Hosen, Schuhe. Später habe ich mir gedacht, so in die Richtung Apps. Welche Apps gibt es für Tourenplanung? Vielleicht viel mit GPS-Unterstützung, auch mit Auswertungsmöglichkeiten. Dann werden wir die ein oder andere Tour zusammen machen, wo ich euch mit auf die Tour nehme. Und natürlich bin ich auch für eure Ideen offen. Das soll es erstmal als kleines Vorstellungsvideo gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns beim zweiten Video wieder und dann steigen wir in die Tiefe ein. Macht's gut, bis dann. Bye, bye.